Ja, hallo, hallöchen Leute hier bei StreamBeam for Global Change Support bei Custod TV. Ich verabschiede mich hier von der Übertragung vom Internationalen Tag der Roma. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank für den Support. Das heißt, der Klaus, der ist wirklich... Ja, nee, Quatsch beiseite. Wir sind morgen früh wieder online. Und zwar so circa ab 6, halb 7. Zwangsräumung verhindern aus der Rosa Straße. Für alle, die nicht kommen können, sich aber trotzdem informieren müssen. Ja, wie immer, seid informiert, informiert euch. Vielen Dank fürs Zuschauen und für den Support bei Custod TV. Wir sehen uns wieder morgen früh vor der Rosa Straße 92. Schönen Dank, tschüss.